Der SIR-Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Im Moment leider nicht von Bord des Traditionsseglers SIR Shackleton. Wir reden jetzt über wertvolle Flüssigkeiten, oder was? Weil wir gerade einen Triple Triple in der Hand haben. Und Druckertinte ist das wertvollste auf der Welt. Es gab mal eine Statistik, die gesagt hat, Druckertinte ist die wertvollste Flüssigkeit auf der Welt. Wertvoll als Blut, wertvoll als Öl, Druckertinte. Servus zusammen. Grüß Gott. Ihr hört, was der Klaus schon wieder erzählt hier, oder? Aber nur weil der Alex mir hier einen exzellenten Jameson Triple Triple eingeschenkt hat. Und ich bin sehr dankbar, dass ich den mit ihm trinken darf. Ja, ja, hau nur rein. Mache ich. Heute keine Buttermilch. Wie immer. Trockene Veranstaltung hier. Wie immer. Aber wir haben es heute auch gemütlich, gell? Wir schauen aufs Meer raus. In der Tat, wir schauen aufs Meer. Auch wenn das Meer auf einem riesen Flatscreen ist. Meer ist Meer. Wir sitzen hier und haben Pläne aus Baldur für diese Folge. Wir haben irgendwie keine Ahnung, außer... Wie immer. Ah, ich wollte jemanden grüßen. Genau. Jetzt pass auf. Zieh dir das mal rein. Da gibt es Menschen, mit denen du unterhältst dich und sagst dann, ja, ich mach da so mit einem Kumpel einen Podcast und wir schnacken da über so ein paar Sachen. Und die sagen dann, ja, welcher Podcast und so und so und wo finde ich den und alles cool. Und dann gibt es Menschen, die merken sich das, setzen sich hin, fangen bei der ersten Folge an und hören eine nach der anderen. Durch, am Stück. Bis zur letzten Folge, das war Ready for the Storm Teil 4. Am Stück. Also ich weiß nicht, ob er dauerhaft dort gesessen ist. Mittlerweile ist ja ganz schön was zusammenkommen, gell? Ja, zwei Staffeln, fast 60 Folgen. Oh, wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt Folgenjubiläum. Irgendwann wird es rund. Ein Folgenjubiläum. Oh, wie schön. Nee, aber tatsächlich gibt es solche Menschen. Ob er das durchgehend durchgehört hat, bezweifle ich. Wobei es könnte auch sein. 60 Folgen, eine halbe Stunde, sind 30 Stunden reinrechnen. Also in diesem Zuge, Markus, schöne Grüße von mir. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder und vom Klaus sicherlich auch. Mein allergrößter Respekt, sich das reinzutun am Stück oder auch in kleinen Folgen. Mein allergrößter Respekt, Markus, vielen, vielen Dank für diese aufopfernde Geste dem Alex gegenüber und mir gegenüber. Wow, Respekt, super. Na ja, aufopfernde Geste. Wenn ich ihn wieder sehe oder mal wieder ein Meeting mit ihm habe, frage ich ihn einfach, was er nimmt. Und dafür, dass er das gemacht hat. Und warum er mit uns nicht teilt. Ach, den Stoffdiener. Ja, genau, so sieht es aus. Ja, mal an den See einladen, mal hier aufs Schiff, dass der das alles mal live erlebt. Der war schon mal da. Ach, der war schon mal. Aber der kommt sicherlich nochmal. Ah, das ist doch super. Der war schon an Bord. Ja. Ja, Markus dann. Aber vielleicht müssen wir da auch mal für ihn einen schicken Turn einrichten. Er hat da mal was anklingen lassen. Geburtstag, Hochzeit. Arbeitsmeeting. Hervorragend, wir arbeiten ja ständig. Ja, ständig an unserem schlechten Ruf. Vielleicht am Reffen arbeiten wir. Ja, genau. Siehst du, schon haben wir wieder jemanden gegrüßt. Ich hoffe, der Markus ist fast fertig mit seinem Haus. Der hat gerade viel Arbeit um die Ohren. Viel Erfolg, alles Gute. Und vielen Dank für die große Treue. Hammer, gell? Ja, das freut mich total. Also wenn wir jemandem so viel Freude machen, dass er so viel Zeit hat. Und er war auch nicht der Einzige, der nachgefragt hat, wann es die nächste Folge gibt. Wow. Der Zweite hat auch nachgefragt, oder? Der Zweite Hörer hat auch nachgefragt. Haha. Ich darf nicht mehr so laut lachen, hat der Alex gesagt, weil ich dann die ganze Tonspur zerstöre. Das heißt, immer wenn es leise wird, wo ich eigentlich lachen sollte, ist es nur wegen der Tonspur. Jetzt habe ich die fertig gemacht. Total, ich traue mich gar nichts mehr. Ich traue mich nicht mehr laut lachen, ich traue mich nicht mehr zu sagen, ich traue mich gar nichts mehr. Ich bin total eingeschüchtert. Es wäre ja ganz cool, wenn du einfach mal aufhörst zu atmen, dann ist Ruhe. Ja, höre ich halt auf zu atmen, dann ist Ruhe. Genau. So, was wollte man denn heute? Sag nichts mehr. Mäsch du. Ja, Ready for the Storm, wollte ich noch hier vier Teiler. Ist ja auch gehört worden wie Hulle. Ja, fantastisch, oder? Super, ja. Ja, dabei haben wir am Ammersee nie Stürme. Nein, wir haben ja keinen Wind hier. Ich bin gestern gesiedelt, ich hatte einen Vierer. Was? Als Note im Segeln. Das glaube ich. Du bist ja auch der Ref-König. Nein, ich habe alles draußen gehabt. Wie alles draußen? Alles, was da war. Dir ist schon klar, dass das zweideutig klingt? Mann, Mann. Ich halte jetzt die Luft an. Ich darf nichts mehr sagen. Mit dir, wenn man nicht jede Woche einen Podcast aufnimmt, dann ist es echt vorbei. Nein, ich bin nicht still. Ich bin total raus. Ich gucke jetzt aufs Meer, da plätschert das Meer, auf dem Alex, seinem riesigen Flatscreen-Monitor, plätschert so vor sich hin. Der Jameson, die Kerze, alles ist da. Ich halte jetzt die Luft an. Alex, bitte, leg los. Ja, sag mal, Ende des Jahres, die Turns sind, glaube ich, gar nicht so mal so schlecht gelaufen, oder? Nee. Waren toll. Wir haben viele schöne Turns gemacht dieses Jahr. Viele total nette Gäste an Bord gehabt. Da fällt mir ein, du warst ja beim Rumschlampen, beim Rumlumpen auf diesem Planeten wieder. Ich muss immer arbeiten und du pickst dir immer die Zuckerl raus. Selbstverständlich, so bin ich. Du warst, wo war im Segeln? Sardinien und? Sardinien und Zweden. Nein, Schweden und Sardinien. Sardinien und Schweden. Sardinien, Sardinien, Sardinien. Sardinien, war eine Woche, zwei, was war das? Eine Woche. Und? Erzähl was, wir wollen was hören. Ja, ich fahre nie wieder alleine los. Ich war mit Gästen, mit einer Damencrew. Vier total nette, super tolle, charmante Damen, mit denen ich aber schon öfters das Vergnügen hatte zu segeln. Mit den Mädels war ich in Schweden vor vier Jahren und wir waren noch in Kroatien schon mal, ganz am Anfang. Und war entsprechend super cool, super entspannt, ganz, ganz toll. Sardinien, La Madalena Archipel. Warst du da schon mal? Lecker. Total. Warst du schon mal da? Schön, oder? Sardinien, glaube ich, kann man immer machen. Absolut traumhaft im September. Es war nicht mehr ganz so viel los, aber es war auch nicht leer. Also wenn du eine Bucht reinfährst und dann noch drei Ankerplätze findest, dann ist es da, glaube ich, schon sehr vorteilhaft und sehr, sehr entspannt. Und schönes Wetter, Wasser, 26 Grad. Boah, perfekt. In der Früh raus aus der Koje, nicht nachdenken, durchs Cockpit, über die Badeplattform, noch den letzten Schritt Platsch. Morgentliches Stolpern ins Meer. Herrlich. Wunderbar. Total geil. Abendliche Floating Bar. Die Mädels haben beschlossen, sie wollen ein aufblasbares Sub. Ist übrigens ein totales Geschäftsmodell. Ja, die Subs kosten bei einer Woche, keine Ahnung, 120 Euro. Aufblasbar kostet bei Ebay 100 Euro. Das hat sich in der ersten Woche gerechnet. Du wieder. Super geniales Geschäft. Ich habe mich ja schlapp gelacht. Aber es war echt gut, weil auf diesem Sub haben wir dann die Weingläser und die Biergläser und den Weinkanister drauf und sind dann einmal lustig durch die Bucht getrieben, sehr zur großen Freude der anderen Yachten. Das ist, glaube ich, ungesehen. Das war ein herrliches Bild. Nein, war toll. Wir hatten aber auch, es war ja dieses leider sehr schlimme Unwetter in Italien im September, wo es da diese zehn Toten in den Marken gegeben hat. Dieses Unwetter hat sich westlich von Sardinien und Korsika zusammengebraut und wir haben das mitgekriegt, wie sich das zusammengebraut hat. Es ist über uns drüber gezogen und war da aber noch im Reifeprozess. Das war eine sehr, sehr düstere Stimmung. Ich habe noch nie so eine See gesehen. Das ist ja genau meins. Ja, aber so eine, weißt du, so eine, also alles die Berge waren in Dunst, aber jetzt nicht so in sommerlichem Dunst, auch nicht in einem herbstlichen Nebel. Die Farbe der See. Die Farbe der See, absolut. Und alles hat, weißt du, diese ganze Stimmung war so drückend und auch so unheilschwanger, dass ich auch gesagt habe, jetzt aber mal hurtig rum ums Eck, ich möchte wieder also aus dem Archipel raus um die Ecke. Falscher Text, jetzt aber mal hurtig, alle Segel hoch, stramm ziehen, unglos. Nee, ich war froh, dass wir um die Ecke sind und dann in der Bucht Anker geschmissen haben, den sauber eingefahren haben. Da schlafe ich aber recht gut. Anker haben wir schon gemacht? Anker haben wir gemacht, ne? Ja, Anker haben wir gemacht. Anker haben wir gemacht. Gibt es aber schon wieder ganz neue, coole. Anker-Manöver? Anker. Anker. Anker an sich. Ich muss mal Bilder mitbringen. Ich habe da was gesehen. Voll cool. Du hast mir was erzählt, ein viereckiges Ding. Ja, so ein viereckiges Ding. Ich muss mir das nochmal genau anschauen. Ja. Das will ich mal in Live sehen. Also das war ja auch ein cooles Gedicht. Aber egal. Nein, da bin ich total neugierig. Da müssen wir noch nicht mal dran glauben. Ja, da war ich sehr froh. Und dann haben wir am nächsten Tag eben in den Nachrichten gelesen, Handy, ja, Nachrichten, dass das da eben in Italien so derart runtergeschmissen hat. Und wie gesagt, das war das Unwetter, das sich da gestern über uns zusammengebraut hat. Das war nicht schön. Das war sehr bedrückend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten war es ein mördergeiler Teil. Wir haben nachts in den Straßen von La Madalena, da war vor einer Kneipe, war noch DJ. Und der hat nach Kneipenschluss um eins, hat der angefangen. Und auf den Straßen von La Madalena haben wir noch bis um halb drei Uhr morgens auf der Straße getanzt. Das war herrlich. Sehr schön. Italien, wie sie es gehört. So Mutterzeit. Ja, super schön. War wunderbar mit den Mädels. Aber ich fahre nicht mehr alleine, also nicht mehr ohne dich, weil das traue ich mir nicht mehr zu. Warum? Ja, du, vier Frauen, die... Trägst du ein Reffen oder was? Ja, unbedingt. Okay. Großhegel habe ich gar nicht ausgepackt. Dann ist gut. Dann bleibe ich auch zu Hause. Ja, das habe ich überhaupt nicht ausgepackt. Mann. Ja, und du hast dich noch... schon wieder mal in Schweden rumgetrieben. Und ich hatte das ganz, ganz große Vergnügen mit einer ganz lieben Familie, auch Stammgäste. Warte, 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 stopp. Das war doch die... Ja. Die? Ja. Die Marie. Marie und Martin. Ganz, ganz herzliche Grüße an Marie und Martin und an die ganze Crew und den Jörg, an die Sanne und an den Rudi. Wir hatten eine wundervolle Zeit in Schweden. Marie hat sich... Marie und Martin haben sich das gewünscht mit ihrer Familie eben, Eltern und Partner, da eine Woche in Schweden zu verbringen. Wir sind in Stockholm, wollten wir... Nein, sind wir los. Eigentlich wollten wir raus in die Scheren. Aber die Windprognose war sehr übel. Die ganze Woche über 30, 35 Knoten Wind. Ja, ich weiß, ich bin da sehr vorsichtig. Kein Wind für... Kein Wind für uns. Aber ich hatte ja vom Überführungsturn der Lady letztes Jahr einen Einblick vom Mählaren. Der drittgrößte See Schwedens. Beginnt westlich von Stockholm. Riesiges Süßwassergebiet. Und als ich denen gesagt habe, also wir fahren nicht raus in die Scheren, das ist nicht gut. Da haben wir ein bisschen längere Gesichter gemacht. Aber die gute Nachricht, der Mählaren ist genauso schön. Und wir fahren einmal quer durch Stockholm. Wie quer durch Stockholm? Quer durch die Stadt. Drei Klappbrücken und an den Straßen und durch die Häuser durch und mit einer Schleuse. Das ist ja seglerisch total bäh eigentlich, aber das muss man mal gemacht haben. Es ist einfach geil, wenn du durch die Stadt fährst, mit dem Segelboot durch die Stadt durchfährst. Hättest du, ich fahre halt mal mit dem Radl durch diese Dicken. Nein, ich fahre halt mal mit meinem Schiff durch diese Dicken. Genau. Und dann sind wir in den Mählaren und hatten da eine wunderbare Zeit. Wind war genau richtig. Vier, leichter Fünfer zum Teil. Du hast ganz viele Inseln. Die Inseln sehen genauso aus wie draußen in den Scheren. Und wir hatten 36 Stunden nicht eine Menschenseele. Du hast Hafenstädte, du hast Buchten, du hast Inseln, du hast viel zum Navigieren, weil viele Felsen, alles Mögliche. Einfach gut, einfach wunderbar. Tja, Alex, läuft er noch. Er läuft noch. Ja, das war da. Ganz liebe Grüße an meine großartige Crew in Schweden. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich war im Shipwreck Museum. Aha. In Schweden, in Stockholm. Und was liegt da alles rum? Naja, also als erstes mal denkst du, naja, es ist eine wahnsinnig große Ausstellung. Aber was ich ziemlich beeindruckend fand, die haben in einer Station, haben die, was mich gewundert hat, über die Estonia gesprochen. Da war ein Teil von der Bugklappe ausgestellt. Ah, genau, diese Fähre. Richtig. Die Fähre, die damals unter... Schon eine Weile her. Aber bisher ungeklärter Ursache. Die Bugklappe geöffnet wurde. Es gibt Vermutungen, dass sie gesprengt wurde. Dann ist da voll was. Also immer noch nicht geklärt. Dummheit sollte man da nie ausschließen übrigens, gell? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, das gibt's auch. Ja, weiß man immer nie. Jedenfalls haben die an dieser Estonia-Station, haben die den Funkverkehr aller beteiligten Schiffe über eine halbe Stunde. Und den hörst du dann live. Und das ist schon sehr bedrückend, wenn dann der letzte Funkspruch dann irgendwo kommt. Ja, wir sind jetzt am Unfallort. Ich sehe nur viele weiße Lichter. Rettungswesten, die da blinken in sieben Grad kaltem Wasser. Tja, das ist bitter. Das ist schon sehr bedrückend. Also das habe ich mir angeguckt, das war sehr schön. Stockholm ist immer geil. Stockholm ist immer geil. Geht immer. Ja, Stockholm ist einfach eine große Idee. Also wenn euch alles mal nervt und ihr wollt was anderes sehen. Stockholm. Ja, aber wir wollten gar nicht über Stockholm reden. Wir wollten auch nicht über... Doch, wollten wir schon, aber... Weißt du, was ich ja irgendwie total feiere? Also so innerlich. Du feierst jeden Tag? Nein, nein, nicht so feiern, sondern anders feiern. Ich feiere ja irgendwie gerade auch die Franzi. Deine Frau Tochter. Mein Töchterchen. Ja, weil ich es halt so unendlich geil finde, wenn junge Menschen ins Leben starten, ich sage es mal vorsichtig, und ordentliche Berufe lernen. Also so Berufe, für viele ist das ja unvorstellbar, dass man nicht im Büro sitzt oder dass man nicht bis 40 studiert und hinterher nichts kann, sondern dass man echt was Handwerkliche tut. Ich feiere das gerade total. Und dass sie als Mädel da sagt, ich mache jetzt einen auf Bootsbauer, finde ich richtig, richtig geil. Und du hast ja vorher gesagt, nach Lübeck musst du jetzt vier Wochen? In der Tat. Auslandspraktikum. Du total, ja, ja. Also da hat sie jetzt im Moment auch gerade so, vier Wochen, Tafelmündel, Lübeck. Franzi, wenn du das hörst, ach, geil da oben. Wir denken an dich, du wirst es hinkriegen, eine geile Zeit haben. Super geil, super geil, super geil. Du, klar, ich mag da jetzt gar nicht so tiefe Einstellungen, weil ich platze natürlich vor Stolz. Das finde ich super. Also ich feiere das, wenn junge Menschen dann tatsächlich hergehen und auch mal erst mal was ordentliches lernen im Leben. Die können ja hinterher immer noch so sinnlosen Kram machen, aber dann sagen, nö, das taugt mir, das mache ich jetzt. Und da wird man dreckig und haut sich mal auf den Daumen und am Abend sieht man halt, was man gemacht hat. Im Moment kommt sie mal heim und strahlt, weil ihr einer von den Kollegen, den sie da hat, der Ferdl, der ist da so der Experte für Oberflächen, Lacke und Lackierungen. Und der Ferdl bringt ihr da den einen oder anderen Trick. Man erzählt sie immer ganz, ganz stolz, was sie wieder ganz Geiles gelernt hat, wie man das oder das macht. Oder der Jonas, der ihr da auch regelmäßig irgendwie die coolsten Tricks und Kniffe beibringt. Aber du musst dir auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch so eine Berufsgruppe, die werden ja immer weniger. In der Tat, das ist ganz schön schwierig. So Bootsbauer ist ja katastrophal, die Lage, weil das ja keine Sau mehr machen will. Eigentlich ein affengeiler Job, aber keiner will ihn mehr machen. Weil man muss ja da arbeiten, tatsächlich. Ja, es ist anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Es ist mit Arbeit zu rechnen. Ja, es ist mit schwerer Körper, es ist dreckig. Du kriegst ständig irgendwo in enge Ecken, wo es immer dreckig ist. Du riechst immer nach Bilge. Du riechst immer nach Bilge. Du musst auch mit Schutz arbeiten. Atemmaske, weil das ist Zeug in der Luft. Das willst du nicht einatmen. Du hast ein Stöpsel im Ohr oder große Mickey-Maus-Ohren drauf, weil das auch laut ist. Also du musst echt aufpassen. Du musst Handschuhe tragen, weil dir ja sonst deine Hände kaputt gehen. Also ja, es ist harte Arbeit. Es ist harte Arbeit. Und darum feiere ich das so. Ich finde es auch geil. Aber als Papa darf man das ja. Erstens, es gibt dann nochmal einen Bootsbauer mehr im Universum. Eine Bootsbäuerin. Und zweitens, es ist keine Bäuerin, sondern Bauerin, du Aff. Ja, eine Bootsbauerin. Meisterin. Ja, wir müssen gendern. Gendern, ah, der, die das. Bootsbauerin. Der, die das Boot. Der, die das Boot. Nein, das tue ich mit Absicht. Also Bootsbauerin. Das ist mir zu schwierig. Bootsbauerin. Da bin ich zu dumm dafür. Ja, ich freue mich auch. Ich bin mörderstolz. Und das Tragische ist, dass die Franzi jetzt an unserer geliebten Sir arbeitet. Aber ab jetzt kostet es Geld. Ja, jetzt arbeitet es ja nicht mehr umsonst, gell? Ab jetzt kostet es Geld. Vier Wochen Lübeck oder tingelt die da ein Stück? Nein, nein, vier Wochen hier. Voll. Trave Münde. Auf dem Priwal. Ah, okay. Trave Münde, Priwal. Cool, ich würde dich am liebsten mit, aber... Nein, 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 du musst dich mal alleine laufen lassen. Du kannst dir nicht dauernd auf den Nerv gehen. Ich weiß. Lass die junge Frau in Frieden. Das sagt... Die macht das schon. Ja, ja, du bist ja auch Papa. Ja, und? Ja. Was hat das damit zu tun? Doch. Ich bin aber nicht Franzis Papa. Nee. Darum bin ich auch immer der Coolere. Einmal Prost für Anfänger hier. Genau. Der Klaus heute. Der coolere. Er trinkt nichts mehr. Ich lache mich kaputt. So, worüber reden wir eigentlich? Ja, genau. Ja, genau. Schweden. Toll. Schweden war super. Super. Müssen wir unbedingt nochmal in Schweden. Das ist super cool. Genau. Christopher. Was jeden interessiert. Ach so. Wann sind wir denn soweit für die nächsten Termine? Wann kann man die denn raushauen? Du, unbedingt. Haben wir da schon einen Plan? Ja, unbedingt. Ich werde... Die Termine sind aus. Die Leute wollen segeln. Ja, ich brauche ein neues Terminverwaltungsprogramm, weil mit dem alten komme ich nicht zurecht. Das geht schief. Habe ich einen super Tipp für dich? Ja. Kalender. Habe ich gemacht. Funktioniert nicht. Und nein, Blödsinn, weil wir möchten unbedingt die Termine im November noch online stellen. Super Idee. Ja, noch im November. Lasst euch überraschen. Wir haben zwei, drei Veränderungen im Turnplan. Wann ich denn? Neugier. Wann ich doch jetzt nicht. Wieso nicht? Ja, weil. Spannung. Echt? Ja. Also gut, ich verrate eins. Okay. Alex im Stringtanga mit einer Fliege und sonst nichts. Als Skipper. Wird nie passieren, will keiner sehen. Die zweite Veränderung ist noch einen Tacken heißer, aber die verrate ich jetzt nicht. Noch einen Tacken heißer? Noch einen Tacken heißer. Das ist ja keine Kunst. Hallo? Jedes Toastbrot ist ein Tacken heißer. Ah, du Tiefstafler. Also im November, weil, ihr Lieben, denkt auch drüber nach, Weihnachten steht vor der Tür. Ein Gutschein für den Segeltörn, echt ein schönes Geschenk. Aber die Gutscheine sind auf jeden Fall schon noch drin. Jederzeit buchbar. Genau. Das stimmt. Jederzeit buchbar. Ein Gutschein für den Segeltörn ist immer wieder ein gern gesehenes Geschenk und bringt immer strahlende Gesichter. Echt? Ist das so? Ja. Na ja, gut. Vor allem, wenn der Alex skippert. Auf jeden Fall. Mit dem Stringtanger und dann... Nein, fällt aus. Okay, fällt aus. Warum hörst du mir nicht zu? Warum sollte ich? Was kannst du eigentlich? Genau. Termine. November. 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 Ja, cool. Ja, cool. Die Sir steht wieder in der Werft. Echt? Mhm. Habe ich gehört. Habe ich gesehen. Wir haben die zweite Finanzierungsrunde hingekriegt. Weil? Großartige Menschen... Großartige Dinge tun. Großartige Dinge tun, wofür ich diesen Menschen großartig dankbar bin. Das war jetzt ein bisschen viel großartiger, aber es ist okay. Deswegen ist es möglich gewesen, dass wir wieder eine so ausreichend große Summe zusammengebracht haben, dass wir die Werft wieder beauftragen konnten. Und ja, das war jetzt auch notwendig. Die Sir stand jetzt eine ganze Zeit lang im Freien, zwar unter der Plane. Ja, aber der Sommer war wahnsinnig trocken. Die Planken sind jetzt echt auseinandergegangen. Also richtig, da kannst du durchgucken. Das Schiff braucht jetzt dringend Feuchtigkeit. Deswegen hat die Werft das Schiff jetzt auch in die Halle geholt. Und sie haben ja eine Windel verpasst. Ich wollte gerade sagen, gewindelt. Als ich das gehört habe, wie die das vorhaben, dachte ich mir, das ist nicht euer Ernst, Jungs. Ihr wollt da nicht eine Windel draufpacken. Doch, das war toternst. Was heißt das konkret? Die haben oben an der Scheuerleiste eine Leiste angeschraubt. In dieser Leiste haben sie Plastikfolien befestigt, die dann nach unten hängen. Die haben sie dann mit Leinen sozusagen ans Schiff gebunden. Und zwischen Plastikfolie und Außenhaut vom Schiff haben die Betttücher, die wir eingesammelt haben. Wir haben also bei allen Freunden und Bekannten gesagt, habt ihr irgendwelche Betttücher übrig? Reihenweise. Betttuchsammelaktion. Betttuchsammelaktion. Warum? Weil die Sir eine Windel braucht. Die haben sich alle schlapp gelacht. Aber wir haben Berge von Leintüchern bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle dafür. Das hat wirklich riesig geholfen. Und diese Betttücher sind jetzt da in dieser Plastikfolie. Und wir hätten zweimal am Tag mit einem extra eigens dafür angeschafften Sicker-Schlauch mit Wasser versorgt. Und so zieht die Sir mittlerweile seit fast vier Wochen jeden Tag so ein bisschen Feuchtigkeit, damit das Schiff ganz, ganz langsam wieder feucht wird. Zu schnell ist nicht gut, da würde sie reißen. Aber wir müssten fast überlegen, ob das nicht auch so ein Konzept ist für später dann. Das ist in der Tat eine Überlegung. Ja, weil du hast diesen Mist nicht innen. Ja. Und wenn das von außen genauso gut klappt, das gute Schiff so zu wässern. Ich meine, die Arbeit hat man ja eh immer. Absolut. Ein paar tausend Liter Wasser da hinkarren und raufpumpen, durchsickern lassen. Wenn das funktioniert und man kann sagen, okay, das muss ich sechs Wochen, bevor ich das Schiff ins Wasser knallen will, machen, dann ist das einigermaßen dicht. Wäre natürlich eine coole Option. Definitiv. Also sollten wir wirklich im Auge behalten, weil wir haben nach wie vor ein Holzschiff mit einem Holzrumpf, der im Frühling einfach nicht dicht ist. Und wie da immer das Heckmeck haben, bleibt der dann verdicht oder bleibt der nicht dicht. Also das ist eine sehr lustige Geschichte. Ja, und parallel dazu wird da fleißig gearbeitet. Ein paar Strukturschäden sind noch behoben worden. Zwei Spanten reingekommen. Ja, du hast was erzählt, die Franzi war am Spanten schnitzen. Franzi hat Spanten reingeschnitzt. Das ist für ein Job. Ja, super. Wie gesagt, jetzt kostet es Geld. Ist okay. Das würde ich ja einfach wieder abziehen. Die Miete verlangt zu Hause. Absolut. 1.000 Euro, sie arbeitet jetzt. Ja, genau. Machst du mit deiner Tochter ja auch, oder? Natürlich. Selbstverständlich. Klar, Papa sehen, kosten Fuffi. Ja, weil wertvoll. Natürlich. Das Cockpit wird gerade gebaut. Das war ja kaputt. Und ja, dann geht es an die Elektrik. Ja. Wir brauchen drinnen Licht, wir brauchen draußen Licht. Ja. Wir fahren ja nachts und wollen ja nicht blind fahren oder ungesehen. Da gibt es noch diverse geheime Pläne. Ja, ganz genau. Für die Elektrik, wie zum Beispiel das Schaltpanel. Das wird uns voraussichtlich spendiert, das Paneel an sich. Da sollten wir aber bald drüber reden, weil die planen jetzt, also die bereiten das vor. Das heißt, die müssten wissen, was da alles so kommt, dass wir das mit den Werftmännern da besprechen können. Sollten wir tun, tun. Genau. Das ist gerade in der Mache. Ich arbeite an den Masten. Oh ja, die Masten. Also die Masten, die haben ja mich echt gefrustet, wo ich sie abgezogen habe. Da sind wir jetzt zwei, weil ich bin gerade dabei, die Beschläge von den Masten abzunehmen. Da haben wir ja gesprochen, genau. Ich bin, gefühlt, 20 Mal vom Christoph Hagenmeier, Gott sei Dank, angesprochen, weil ich unbedingt dokumentieren und sauber aufschreiben, weil das kriegst du hinterher nie wieder zusammen. Kann ich sehr nachvollziehen. Das sieht alles irgendwann gleich aus. Du hast keine Ahnung, welcher Beschlag wohin kommt. Und ich also dokumentiert. Ich habe 30 Blatt Papier vollgeschrieben mit Skizzen und Beschlag Nummer 1. Und die Papiere, die verlegst du dann. Die fliegen im Moment gerade wild im Wintersturm durch die Gegend. So sieht es aus. Ganz genau. Und ich kämpfe jetzt gerade wirklich mit diesen Beschlägen, weil dieses, entschuldige bitte, diese Dreckschrauben, die da seit 70 Jahren drin sind oder noch länger. An diesem Metallding oben. Überall. Also da habe ich es damals probiert, wo ich den Mast abgesprochen habe. Sondern die Schraube, wenn ich die jetzt mit Gewalt aufmache, habe ich so viel Glück, dass der Mast von oben bis unten springt. Und katastrophal fäfft. Boah, ich kämpfe mit diesen Schrauben. Ich habe gedacht, nimmst du den Mast auseinander und Tag Arbeit ist, ist erledigt. Ich kämpfe da seit 5 Tagen mit diesem großen Mast, um diese Beschläge runterzukriegen. Aber Löcher sind keine mehr aufgetaucht. Nochmal, welche? Also das eine, das du schon aufgemacht hast, das ziemlich große. Da hat der Christoph dann auch gesagt, hübs, das ist groß. Das müssen wir flicken. Die anderen zwei waren ein bisschen kleiner. Die Franzi hat noch einen ordentlichen Riss entdeckt. Also der Großmast ist ein Patient. Ja, und da hatten wir ja damals schon Bauchschmerzen. Nach den drei Löchern waren wir ja schon ein bisschen blass. Aber du weißt, was ein neuer Mast kostet, bis er steht? Ja. Too much. Deutlich über 20.000. Ja, das wollen wir nicht. Der muss so hin. Ja. Deswegen gucke ich schon den Baum da draußen bei dir im Garten, ob ich den nicht mitnehme. Ja, nimm ihn mit. Mir doch egal. Der ist ein bisschen kurz. Der hat ja nur 16 Meter. Wir brauchen 17. Ganz ein Stückchen. Ganz ein, was hinter kann. So schaut es bei der Sir aus. Und ja, an jeden, den es interessiert, ich werde die nächsten Tage wieder rumrufen. Ich bin ein freiwilliger Helfer, denn die Sir braucht Lack. Wir haben zwar die Kajüte lackiert. Ja, aber da fehlen noch einige Schichten. Wir sind bei sechs Schichten. Wir brauchen mindestens 15. Das heißt, da muss nochmal ordentlich ran lackiert werden. Und die Masten müssen geschliffen werden. Schön sauber abgeschliffen werden. Dann können die Jungs arbeiten da dran. Da muss nochmal nachgeschliffen werden. Dann werden die Masten lackiert. Die brauchen auch nochmal 15 bis 20 Schichten, weil die Masten ja lange stehen und nie geschützt sind. Und da komme ich aber auf die ganz, ganz lieben, vielen Menschen, die gesagt haben, sie helfen wahnsinnig gerne. Moment, Moment, Moment. Stopp, da irritiert mich was. Was denn? Liebe Menschen. Du kennst liebe Menschen? Und auch noch viele? Ja, ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ein lieber Mensch bin, aber ich kenne liebe Menschen. Ja, das hat mich jetzt überrascht. Ja, ich weiß ja nicht, in welcher Beziehung die zu mir stehen, aber ich finde sie toll. Können wir dann rausfinden, wenn die alle beim Lackieren da sind. Dann machen wir eine Umfrage. Da kriegt jeder einen Fragebogen. Ich wollte es gerade sagen. Wie findest du eigentlich den Alex? Dann sind wir raus. Wie findest du eigentlich den Alex? Da komm ich schlecht weg. Welcher Alex? Vor allen Dingen die Frage, wie findest du den Alex, ist ja völliger Quatsch. Manche suchen mich ja gar nicht. Ja, ich hätte gesagt, in der Wasserwärtsstation. Da finde ich den Alex meistens. Oder im Kraftfreund. Ja, aber das Interessante an der ganzen Sache ist ja tatsächlich das, wir haben langsam... Ich muss lachen, entschuldige mich, ich darf ja nicht laut lachen, weil der Tonspur dann wieder ausflüttet. Was ist denn jetzt los? Ach, nur so. Es ist einfach eine Freude, mit dir Podcast zu... Also, das Problem schon wieder. Also, pass auf. Das Interessante an der ganzen Sache ist ja jetzt... Entschuldigung. Ja. Gott, kannst du ernst sein? Total. Ja. Ich bin der einzig Ernste hier in diesem Podcast. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Das heißt ja, wir haben jetzt langsam mal ein Zeitfenster. Der Klaus macht gerade ein Gesicht, als würde er gleich explodieren. Also, wir haben ja jetzt ein Zeitfenster. Ja, die werft mir im Frühling das Schiff ins Wasser bringen. Ah, schau an. Ja. Im Frühling. Ja. Wenn du dabei lachst, nimmt dich da keiner ernst. Äh, mag sein. Nein, die sind wild entschlossen. Die wollen, ich glaube, die wollen uns auch nicht mehr sehen. Die, glaube ich, haben jetzt genug von uns. Ja, jetzt zieh dir das mal rein. Jetzt haben wir da echt ein Zeitfenster, wo ich ernsthaft sage, da kommt das Schiff ins Wasser, du lachst immer noch. Das hätte man vor zwei Jahren nicht gedacht. Ganz ehrlich. Ja, es ist viel passiert, wo ich, ich für mich, ich weiß nicht, was du so denkst. Also, ich meine, ich weiß schon, was du denkst. Aber wo wir über vieles nicht gedacht hätten, dass das hätte jemals so stattfinden können. Von daher eine sehr, sehr, ja, die Formel ist, dass es, so wie es mir geht, eine berührende Reise, die da stattgefunden hat mit allem, was da zwischen den Zeilen und offiziell passiert ist. Und, ja, ein echtes Kapitel im Leben, so etwas zu machen und zu erleben, was da alles so passiert. Ja, nein, ich hätte es nicht gedacht. Ich bin auf diese Reiseergebnis offen, weil ich immer gesagt habe, das kann jeden Tag schief gehen. Das habe ich auch immer gesagt. Das ist ein Projekt, von dem du nie weißt. Und, ja, was für mich persönlich ja unglaublich schwierig. Ich bin eigentlich schon jemand, der Projekte durchdenkt bis zum Ende, dann einen Plan hat, diesen Plan abarbeitet und ans gewünschte Ergebnis üblicherweise kommt mit der einen oder anderen Korrektur. Das ist so. Also, deswegen ist es mir persönlich unfassbar schwergefallen, auf diese sehr, sehr, sehr unsichere Reise mich einzulassen mit diesem Schiff und zu sagen, wir marschieren jetzt einfach mal los, aber ich habe keine Ahnung, an welcher Stelle wir warum rausfliegen und ob das überhaupt zum Ende geht. Von daher, ja, so wie es im Augenblick ausschaut, ja, weil die, ich glaube, die allerschlimmsten Probleme, Fallen, Ursachen, Schwierigkeiten sind jetzt irgendwie durch. Also, ich glaube jetzt nicht in dem Stadium, wo wir jetzt gerade sind mit dem Schiff, dass es noch irgendwie etwas so Überraschendes passiert, etwas so Gravierendes passiert, also sagen, das Projekt stirbt jetzt an der Stelle, wir müssen stoppen, jetzt wird der Kahn einfach zersägt und verheizt. Das glaube ich nicht mehr. Also, der Point of No Return scheint überwunden zu sein und es geht jetzt einfach dahin und so, wie es ausschaut. Also, die Werft, die im Frühling, die hat einfach nur jetzt was, weg damit. Weißt du, was ich denke? Jetzt kommt's. Ich denke, ich brauche noch einen Whisky. Und der sagt, ich bin nicht ernsthaft. Was läuft hier falsch? Warum sagt der Mensch, ich bin nicht ernsthaft im Podcast? Und er sagt, er braucht, er denkt, er braucht noch einen Whisky. Meine. Aber du hast recht, ich glaube, das Gröbste ist überstanden und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dank einer Person, die letztens mal sich entschieden hat, da zu helfen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Folge wert, glaube ich, da müssen wir dann mal. Da steigen wir sicherlich nochmal ins Detail ein. Da müssen wir mal richtig schnacken hier. Und diese Geschichte sollten wir dann ausführlich erzählen, aber das ist nicht der Moment dafür. Das ist richtig. Aber an der Stelle schon mal danke an... Wäre es nicht so gewesen, wäre es jetzt immer noch etwas schwieriger, wie es jetzt ist. Und so ist es gut. Deswegen danke an Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. So, jetzt haben alle mitgezählt, jetzt könntest du mal die Namen googeln mit so vielen Punkten. Viel Spaß. Ja. Nachname ist übrigens Pünktchen. Ja, soweit so, Sir. Boah, und letztens habe ich ja verzweifelt Beschläge gesucht. Die, die du nämlich letztes Jahr abmontiert hast. Was für eine coole Sache. Boah, ich habe meinen Keller umgegraben, nichts gefunden. Ich dachte, das muss doch da sein, das Zeug. Ich bin in die Werft. Boah, wissen wir jetzt auch nicht. Und dann kommt meine Tochter, kommt um die Ecke und sagt, du Papa, wir haben da eine alte Ape in der Halle stehen. Die fährt jetzt übrigens wieder. Die war eigentlich so abgestellt, weil sie kaputt war. Und auf der Pritsche von der Ape waren irgendwie sieben Kartons. Da stand überall Gattinger drauf. Die habe ich jetzt mal auf dem Bollerwagen, weil wahrscheinlich gehören die uns irgendwie irgendwo. Und da waren deine Beschläge drin. Genauso wie du sie verpackt hast. Sauber, ordentlich, geordnet. So bin ich halt. Sauber, ordentlich. Gewinert, gebohnert. Krieg ich eigentlich auch noch einen Whisky, oder? Oh ja, ausnahmsweise. Wieso? Ich bin nicht ernsthaft und du redest nur. Ich denke, ich brauche jetzt noch einen Whisky. Ich fasse es nicht. Das ist eine wichtige Information. Danke. Das war nicht irgendwie spaßig. Wusstest du, dass ich alkoholfreie Wochen eigentlich habe? Hast du gesagt? Ja, das ist der dritte Whisky. Herzlichen Dank. Ja, aber das ist ja keine Woche. Das ist ja ein Tag heute. Du bist so schwierig, echt. Und die Basics sollten sitzen. Woche, Tag, morgens, abends, hell, dunkel. Wir brauchen ein paar Ideen von unseren Hörern. Was? Ideen von unseren Hörern. Oh mein Gott. Na ja, fang sowas nicht an. Klaus reicht völlig. Du musst nicht ohne Gott zu mir sagen. Ja, das ist genau das Wichtige. Die spannende Frage ist nämlich, was ist der angemessene Rahmen, um die Sör wieder zurück im Wasser willkommen zu heißen? Nein, nicht, woran du jetzt denkst. Okay. Dann halt nicht. Dann wird das eine ganz fade, langweilige Nummer. Gut. Wir können auch nochmal eine Frage stellen, woran hat Alex jetzt gerade gedacht? Schickt uns eure Ideen. Ihr könnt auch Bilder malen. Aber tatsächlich, ich denke ja drüber nach, was wäre ein angemessener, schöner, würdiger, passender, spaßiger Rahmen? Eigentlich ist das relativ einfach. In der Früh um halber 8 Uhr an der Steinlechner Werft ist noch nicht so viel Passantenverkehr, wird das Ding heimlich in den See hineingeschubst und geht hoffentlich nicht unter. Vermutlich geht sie unter, sie ist ja noch völlig löchrig. Nein, nein, die ist ja noch eingewindelt. Ach, mit Windeln ins Wasser. Ja, wir müssen es ja, irgendwann müssen wir es wieder Western formen. Ja, aber das schaut blöd aus mit den Windeln, also ganz ehrlich. Nein, nein, dann weiß man nicht, was wir außen alles an coolen designtechnischen Sachen gemacht haben. Echt, du willst ja Design drauf machen. Mann. Sollen wir nicht verraten, dass sie rosarot wird? Nein, das geht nicht, dann versenke ich es sofort. Hast du diesen wunderbaren Film gesehen, Unternehmen Petticoat? Ja. Großartig, oder? Toll. Dieses rosa U-Boot? Nein, das geht gar nicht. Ah, super. Rosa steht nicht. Ich finde es super. Also an alle Unternehmen Petticoat mit Tony Curtis und Gary Grant. Grundsäu. Wunderbarer Film. Ich war so geblendet vom Rosa. Herrlich, ein rosa U-Boot fährt durch die... Ja, also okay, weil der Basti Ernst, liebe, liebe Grüße an den Basti, der hatte ja schon mal die Idee, zwei von seinen Schwimmpontons rauszufahren, zu verankern, zusammen zu tun. Auf der einen machen wir eine Tanzfläche, auf der anderen spackst du einen Grill drauf und Schiffe drumherum. Das ist ja Blödsinn. Warum? Da kommen ja die ganzen Lichtschwimmer nicht hin. Subs? U-Booten? Nein, wir haben ja so viele Fans. Stimmt. Das muss ein ziemlich großer Ponton werden. Dann kannst du den See auch pflastern. Was machen wir denn dann? Ja, du hast doch gefragt kreative Ideen und hast dann gesagt, ich darf nichts sagen. Also sage ich nichts. Okay, Alex, es tut mir leid, dass ich deine wunderbare Kreativität im Keim abgebürgt habe. Geh doch da, wo du wirst. Alex, bitte, ich knie auf, ich rutsche auf Knien, ich knie auf Rutschen vor dir her. Du kannst auf Rutschen knien, wie du möchtest. Oh, Alex, bitte, bitte, sag mir doch, was deine Fantasie war. Alex, ich rede über deine Fantasien mit mir. Nein, ich suche mir jetzt ein anderes altes kaputtes Schiff, das wird dann hergerichtet und dann machen wir eine gescheite Party. Ich kenne da ein paar in der Wasserwartstation. Echt? Ja. Da gibt es alte Schiffe. Ja, genau, so ist es. Also wir haben ein Zeitfenster, das Schlimme ist ja für mich, ich habe jetzt tatsächlich Termindruck, ich muss ja den Kompass pimpen dann noch. Ich habe noch ganz viel zu tun, ich muss die Toilette sauber machen, ich muss, die Toilette muss sauber gemacht werden. Die Rettungswesten müssen, wir haben richtig viel Arbeit. Ja, richtig viel Arbeit jetzt. Die Lady muss auch, die hat fleißig gearbeitet, aber so sieht es jetzt auch aus. Ja, siehst du? Die ist ganz schön runtergeschrubbt, die braucht jetzt dringend eine liebende Hand. Eine liebende Hand? Ah, es dürfen auch mehrere Hände sein. Hauptsache sie sind liebend. Dann ist ja mal gut. Nicht, was du schon wieder denkst. Wieso glaubst du immer zu wissen, was ich denke? Ach, Alex. Ja. Ja, genau. Was soll ich sagen, gell? Ja. Das sind aber auch schon mal gute Neuigkeiten. Ich glaube, viele haben darauf gewartet, wie es jetzt weitergeht und was sich tut und hin und her und wir haben auch ein bisschen gebraucht. Bis wir sagen konnten, okay, jetzt sind wir da so über dem Bucket, dass man sagen kann, ja, jetzt geht wieder was vorwärts. War auch über den Sommer hier und da schon mal nochmal eine Zitterpartie. Kriegen wir das hin? Und musste schon mit ein bisschen Kreativität auch gearbeitet werden, dass wir das alles so irgendwie hinkriegen. Aber, um Gottes Willen, jetzt fällt mir das gerade rein. Oh Gott, jetzt kommt es. Ja. Ja, jetzt. Im Frühjahr ins Wasser. Ja, müssen wir noch segeln lernen. Das heißt ja, es gibt wunderbare Törns wieder auf der Söhr, wo man auch mal mit zwölf Leuten. 15. Oder 15. Ja. Maximal. Ja. Und weißt du noch, wie viele Leute nachgefragt haben damals? Oh, wir hatten viele Anfragen. Unglaublich. Und die wir leider alle sozusagen weiterschicken müssen. Und das geht wieder. Und ich fand das immer sehr, sehr cool, wenn so viele Leute auf dem Schiff sind dann. Absolut. Das hat schon was. Absolut. Das hat schon was. Absolut. Ich meine, so ein Turn mit vier Leuten ist auch ganz kuschelig. Aber wenn das auf einem großen Schiff ist mit mehreren Leuten, das hat schon was. Wobei die Lady, also ich habe die Lady ja schon. Die Lady teilt auf dem Deck umeinander und auf der Kajute. Also das hat schon was. Wobei ich die Lady ja schon sehr ins Herz geschlossen habe. Die ist ja schon sehr süß. Ja, das ist ein nettes Beiboot. Ja, nein, sie ist ein wundervolles Schiff. Die Lady ist schon wundervoll. Aber weil du das gerade erzählst, da muss ich immer daran denken. Ich war mit dem Christian unterwegs, da hat man einen Junggesellenabschied. Haben wir ja nicht so wahnsinnig häufig. Das ist ein paar Jahre schon her. Und die Jungs haben sich damals noch, das konnten wir damals machen, haben sich gewünscht, dass wir kochen für die. Und die kamen, 14 Mann. Und die kamen um 11. Und die kamen schon ziemlich geladen. Alle lieb, aber schon 11 Uhr vormittags übrigens. Genau. Also nicht 23, sondern 11. Liebe Jungs, aber schon ganz schön unterwegs. Wunderschöner Tag, ein bisschen warm. Wir also losgesegelt mit denen und die haben sich Essen gewünscht, Grillen. Vorne auf dem Vorschiff so einen kleinen Grill aufgebaut. Und haben da, keine Ahnung, 8 Kilo Fleisch und 4 Salate, so große Schüsseln. Respekt. Dachten wir, naja, das reicht fürs Wochenende für uns auch noch. Dann sind die Jungs, als es fertig war, sind die Jungs über dieses Futter hergefallen. Nach 20 Minuten war alles ratzpatz leer, nichts mehr da. Wir in der Herrschinger Bucht legen und dann sind es alle zusammengebrochen. Über das ganze, so wie du sagst, über das ganze Schiff verteilt, über das ganze Deck. Futter-Narkose. Über drüber. Ein Riesenschneichen. Ja, ein Riesenschneichen. Wir da sagten, Jungs, aufwachen, wir fahren jetzt los. Da hat sich irgendwo ein kleiner Finger bewegt. Das war alles. Dann sind wir heimgesegelt. Mit einem Riesenschneichen an Deck. Herrlich, wunderbar, großartig. Und als wir angekommen sind um 16 Uhr, ist der Erste aufgewacht. Wo sind wir denn? Da habe ich gesagt, Jungs, aufwachen, nächster Programmpunkt steht an. Fahren mit dem Bus, mit der Bar. Also da gibt es so einen Bus mit Bar drin, den haben die gebucht. Und der stand schon abfahrtbereit da. Er sagt, Jungs, aufwachen, hier, weiter geht's. Trinken im Bus. Super war's. Ja, genau. Es geht wieder Richtung große Twerns. Die Inneneinrichtung ist noch nicht da? Bin ich aber erst mal gar kein Fan. Da waren immer gechillt bleiben. Ganz genau, die wird schön, sukzessive werden wir die machen. Da haben wir noch ein paar Ideen und Pläne. Da müssen wir noch ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Aber das wird toll. Also, was wir schon sagen können, dass wir uns überlegt haben und schon so Fantasie ausgemalt haben für die Gestaltung des Innenraums. Das kommt doch wieder mit der Rosa. Ich hau ihm eine rein, echt. Nee, das wird toll. Aber ohne Rosa? Weiß ich noch nicht, aber das wird toll. Ja, der String, Tanga, von dir? Ich hab keinen String. Du wirst einen kriegen? Nope. Es ist Weihnachten? So groß gibt's die Dinger gar nicht. Ein japanisches Katapult? Ja, das könnte passen. Oh ne, das schneiden wir jetzt raus. Das war jetzt nicht gut. Nee, geschnitten wird nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Der Alex hat das letzte Mal tatsächlich diese, ich dachte, das Mikro ist aus. Und dann frage ich doch noch, ob man merkt. Merkt man das, dass ich ganz schön besoffen bin? Natürlich lasse ich das drin, sag mal, was stimmt mit dir nicht? Ja, ich bin ja entsetzt sozusagen. Nein, die Menschen sind an der Wahrheit interessiert. Aber doch nicht an unserer. Das ist ja wurscht. Jetzt wissen sie es. Okay. Wollen wir eigentlich beim nächsten Podcast mal wieder was Inhaltliches machen? Ach so, ja. Was wertvoll ist? Also was man brauchen kann? Was wertvoll ist? Ja, was wertvoll ist. Das haben wir ja noch nie gemacht. Sollen wir über Passagenplanung? Das ist ja ein Lieblingsthema von mir gerade, Passagenplanung. Kann man Passagenplanung mal besprechen? Ja, vielleicht. Ich würde ja gerne, wir haben vorher gerade darüber gesprochen, ob wir ein Video darüber machen sollen. Der Alex hat mir gesagt, dass das ein Sack voll Arbeit ist. Ja, ich glaube, er wollte mich davon abhalten. Aber es ist ihm nicht gelungen. Ich möchte es schon probieren. Wie will ich da nicht abhalten davon? Mach doch, was du willst. Nee, brauche dich ja dafür. Na, doch. Na, doch. Aber sicher nicht. Aber ganz gewiss. Nein. Ja, dann reden wir drüber. Wollen wir das nächste Mal über was Vernünftiges reden? Passagenplanung? Ja, ich schaue mal in meinem Notizbuch für Podcast. Oh Mensch, ich habe auch noch einige Themen. Ja. So, so machen wir das. So machen wir das. Ja, dann wollen wir euch gar nicht mehr lange aufhalten heute. Wir haben euch hoffentlich nicht aufgehalten. Naja, 42 Minuten. Eine fröhliche Plauderei. Echt? Ja. Ja, zumindest wisst ihr jetzt Bescheid. Langsam geht es bergauf mit dem Schiff. Und was ich auch noch will, wir müssen den nächsten Podcast wieder vom Schiff machen. Echt? Erst nächstes Jahr im Frühjahr, wenn die Sir schwimmt, willst du wieder eine Folge machen? Noch schwimmt die Lady. Ah, das ist ja echt schwierig. Dann plätschert es ein bisschen. Oh, dieses Geklucker. Herrlich. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Ihr Lieben. Servus. Ich bin nicht betrunken, du brauchst mich nicht fragen. Ich habe ja auch noch nicht auf Stopp gedrückt. Ich bin nicht betrunken. Dann ist gut. Das kriegen wir gleich hin. Da ist ja nichts mehr drin in der Flasche. Ich habe noch drei. Oh Gott, mein Himmel. Ja, das ist eigentlich gut. Servus. Füß euch. Ich weiß nicht. Wie ist es? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank.